Steig ein in die faszinierende Welt der Finanzen. Wir bieten dir einen Job, der Spaß macht, der kommunikativ und nah an den Menschen in der Region ist. Die Ostseesparkasse Rostock ist einer der größten Ausbilder der Region und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Denn Fakt ist, wir lieben es, junge Leute auszubilden. Ja, hallo, ich bin Angelina, 19 Jahre alt, aus dem zweiten Ausbildungslehrjahr. Ich bin Achmel, 22 Jahre alt und ebenfalls aus dem zweiten Ausbildungslehrjahr. Warum wir uns damals bei der Ostseesparkasse beworben haben, ist einfach der Grund, wir haben vom Freund gehört, dass es cool ist. Wir wollten einfach mal reinschnuppern, wie das Ganze so ist. Und wir können feststellen, wir haben ein cooles Team an der Seite, wir haben keine Berufsschule. Darüber freuen wir uns auch echt immer arg doll, wenn wir dann zu den Seminaren kommen. Und jeden Tag gehen wir einfach fröhlich zur Arbeit. Und Ausbildung heißt auch nicht nur Service und Kasse zu machen, sondern wir sind in richtig starken Beratungsgesprächen dabei. Und die Weiterbildungsmöglichkeiten sind auch mega. In der Stadt oder aber auf dem Land. Die Ostseesparkasse ist mit mehr als 40 Filialen in unserem Bundesland vertreten und somit immer nah an den Menschen in der Region. In diesem Sommer wurde unsere Filiale in Großklein neu eröffnet. Hier können unsere Auszubildenden zusammen in Tandems schon früh Praxiserfahrung sammeln, Verantwortung übernehmen und den Grundstein legen für eine erfolgreiche Karriere. Hallo, mein Name ist Raya Hassan. Ich bin 22 Jahre alt und im dritten Ausbildungsjahr. Bin jetzt neu hier in der Filiale und berate hier meine eigenen Kunden mittlerweile. Beraten macht mir total viel Spaß, weil ich einfach verschiedene Menschen habe. Ich bin ein total aufgeschlossener Mensch und mich die privaten Geschichten tatsächlich auch interessieren. Und berate hauptsächlich ja zu dem Thema Finanzen. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie kann ich mein Geld auch vergrößern, mein Vermögen? Und ja, das macht mir total viel Spaß, weil es sehr vielfältig ist. Und wenn ich dann fertig bin mit meiner Ausbildung, dann starte ich hier richtig durch mit meiner Karriere. Ja, hallo, mein Name ist Björn Dienst. Ich bin der Filialleiter hier in der SmartUp Filiale in Groß-Klein. Genau vor zehn Jahren habe ich meine Ausbildung hier bei der Ausfahrt begonnen. Und nun leite ich hier das Team von insgesamt zehn Kollegen. Sechs davon befinden sich gerade im Übergang vom Azubi hin zum Kundenberater. Und wenn auch ihr Lust habt auf ganz, ganz viel Spaß und Kreativität und Weiterentwicklung, dann kommt doch gerne mal vorbei. So, und ihr müsst jetzt draußen bleiben gegen Datenschutz und Freikheimnis. Zum Kick-Off am ersten Ausbildungstag gab es eine kleine Überraschung für unsere neuen Auszubildenden. Statt in die Filiale ging es zum Start ins Berufsleben, raus in die Natur, zum Geocatching und anschließend in den Kletterpark. Hier hatten unsere Azubis die Gelegenheit, sich kennenzulernen, auszutauschen und bei verschiedenen teambildenden Aktionen die ersten gemeinsamen Schritte auf einem erfolgreichen Weg zu gehen. Das war echt eine coole Sache an sich, hat mega Spaß gemacht, waren auch einige Herausforderungen dabei. Also jederzeit wieder den ersten Tag hier. Genau, zu lachen hat man auf jeden Fall genug hier. Ich glaube, ich kann von uns beide sprechen, dass wir wirklich positiv in die Zukunft blicken, dass wir ein cooles Team hinter uns haben oder auch vor uns, die uns unterstützen. Ich denke mal, mit allen Leuten ist das einfach so, dass man weiß, also schon jetzt, dass wir so eine kleine Familie sind. Und so alle, die heute angefangen haben, die alle das gleiche Gefühl heute Morgen hatten, als sie aufgestanden sind. Und ich denke mal, wir sind ein gutes Team und werden uns auch gut die zweieinhalb Jahre zusammen begleiten und werden das alle zusammen meistern. Zum Abschluss des Tages besuchten die Ausbilder unserer Filiale ihre zukünftigen Auszubildenden und beim gemeinsamen Grillen schon einen kleinen Blick in die Zukunft zu wagen. Bewirb dich jetzt und komm an Bord. Wir freuen uns auf dich. Alle Informationen erhältst du auf unserer Webseite www.osbar.de slash karriere Echt von hier, nah bei mir. Meine OSBAR.